Herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video zu Call of Duty Modern Warfare. Wir haben COD eine ganze Zeit lang gestreamt und in diesem Stream sind natürlich auch einige gute Runden entstanden, wovon ich euch die ein oder andere gerne zeigen wollen würde. Wir haben auch ein klein bisschen Variationen drin, wir hatten jetzt letztens viel Gameplay mit der M4 und so gehabt, jetzt hätte ich zwei MP-Runden und dann habe ich natürlich noch die eine Shotgun-Runde, die ich euch gerne zeigen möchte. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt eben bei der MP5, bei der MP-Runde und ja, die würde ich euch einfach gerne auch auf YouTube zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß. Der Revolver hat gegolten für die Pistolenabschlüsse, ich glaube nur die allererste Waffe. War das nicht, weil ihr die Laufhosen verwendet habt? Ne, nicht das. Ah, ok. Ich habe unten einfach gewartet. Alter, der hat mich erschrocken. Ich bin schon oben. Nehmt mit ein. Bitte lassen Sie mich einnehmen. Ja, ok. Ich bin schon gespawnt. Wir brauchen noch eine Sekunde, bis wir es eingenommen haben. Ja, die Nate hier finde ich jetzt unhöflich. Hast du die Treppe bei dir? Nein. Wie nein. Der kommt auch rechts, oder? Die Hauptquartier gehört uns. Wir haben die Kontrolle. Ich habe die Treppe. Verbündete Drohne im Einsatz. Jetzt haben wir sogar noch Drohnenunterstützung. Oh, er sitzt im Fenster. Ja, damit hätte ich rechnen müssen. Drohne ist meine. Oh, links am Fenster, glaube ich, kommt er rein. Kommt er rein? Er ist auf jeden Fall ne Nate reingekommen an der Stelle. Ja, der ist links am Fenster. Da kann man rum, das habe ich nicht gesehen. Fuck, 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 fuck. Alles gut. Ja, ne, ne, bei mir ist oben. Ja, ne, bei mir ist oben. Ja, ne, bei mir ist oben. Ich bin tot. Ich bin alleine gewesen. Ja, aber waren 60er, oder? Ja, 59er. Ich bin immer noch der Meister. Das ist random. Das ist halt, je nachdem, man die Sekunde anfängt. Ja, war diese nicht fertig gewesen. Genau, also die waren nicht fertig. Ja, ja, das geht darum, wann das eingeworfen ist. Ich bin da. Okay. Ja, cool, wir spawnen uns von nichts davon entfernt. Oh, oben. Warte. Oh, ich war schon weg. Hauptquartier aktiv. Wir nehmen das Hauptquartier ein. Ja, wir nehmen es ein. Ich bin schon tot. Da war noch eine vor der Tür. Aber ich bin noch gespawnt. Ich bin noch gespawnt gewesen. Oder direkt hier drin. Warte her. Oh, je, 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 das war der Laser. Er hat mich mal kurz erschrockseln. Er hat noch hier meine Nate geworfen. Ja, gut, der ist drin. Übernehmt nicht. Was ist deine 3? Warte kurz. Alles gut, alles gut. Schön. Hast du 2 geholt da eben? What the heck? Er ist am Feuer dabei, Alter. Wie definiert man Zerstörung? Wenn die strukturelle Infigilität des Gebäudes niedergerissen wird. Hast du die Moral der Gegner getötet? Kann einen ganzen Run einer klippen, bitte? Nächsten Haku-Boys. Mein Lieblings Haku-Bahn dabei. Hey Dadosh! Genau. Hast du das Fenster reingestupselt. Okay. Er ist drin. Ich habe ihn nicht getötet. Leckerlich. Muss nachladen. Also ich sehe nicht wo er drin ist, aber okay. Hauptquartier ist online. Hauptquartier wird gesichert. Ich bin ein bisschen flasht. Wir haben das Hauptquartier gesichert. An meine Mods. Ich hoffe es gibt noch einen schönen Clip. An meine Mods. Auch. Vorräte bereit. Verbündete Drohne im Einsam. Hauptquartier umkämpft. Drohne waren im genau richtigen Moment. Wieder meinen. Sehr gut. Er kommt wieder rechts. Diesmal habe ich ihn nicht. Sie erobern das Hauptquartier. Das Hauptquartier wurde zerstört. revolver zählt für die mission also auf jeden fall jetzt kann sein dass es sehr geflüchtet das ist der money room wieder nur drei gegner der raum ist doch die hölle zu halten oder also die welt so einzunehmen die türen zu sind ob er auf meine erst reich gehofft ja er unterbricht noch gut ihr respawn noch alles gut die tür war zu war der war jetzt unten er oben galerie ich bin so gestand ist vorbei vielleicht gibt es noch ein pistol kill aber der rennt einmal aus und rum hier einfach die tür aufgemacht oder war das mein schuss guten tag wo ist denn der hängel der kam bezaubert alter und 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 Untertitelung des ZDF, 2020